Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Wondertrade. Und wie ihr hier unschwer erkennen könnt, handelt es sich diesmal um einen Wundertausch ohne Schafe. Ich dachte mir, naja, ich habe jetzt schon einige Millionen, tausend Millionen Schafe quasi vertauscht und da dachte ich mir einfach, Mensch, etwas anderes muss her. Und da ich gerade, naja, noch ein paar andere Pokémon übrig hatte, die zwar leider keinen Spitznamen haben, aber was soll's, dachte ich mir, na gut, dann vertauscht du die eben. Aber ich muss dazu sagen, sie sind eigentlich selbst gezüchtet. Also alle mit meiner ID sozusagen. Sozusagen. Plus dieses Kabuto, das ist gerade Level 19, weil ich das gebraucht habe, um eine spezielle Zuchtattacke quasi drauf zu züchten. Und da kommt Aiden daher von Kentucky. Und ich bin gespannt, was wir für dieses Kabuto bekommen. Das ist ja ein Pokémon, was nicht oft vertauscht wird. Und ein Igamaro, oh, wie niedlich. Na, Hauptsache, er mag nicht alle Poképas, Puffles, Puffles heißen die bei uns, ja genau. Chester, oh, süß. Chester? Chester. Chester, süß. Es hat einen Spitznamen. Das, das finde ich schön. Ein Pokémon mit Charakter. Oh, wie süß. Es ist, oh, es ist hart. Und, äh, ja. Aber anscheinend, ja gut. Und wir vertauschen ganz viele Muschas heute. Und, ja. Das heißt, in der darauf folgenden Folge wird es dann ebenfalls wieder sechs Muschas, oder Zungenstolperer Muschas geben. Und wir tauschen mit Daniel aus Kanada. British Columbia, beziehungsweise British Columbia. Naja, gut. Das eine Kabuto war jetzt ein bisschen aus der Reihe und wir kriegen zur Ruhe. Oh, niedlich. Naja, das Kabuto tanzt ein bisschen aus der Reihe. Und, äh, ja. Aber die anderen Pokémon, die wir vertauschen, sind definitiv alle quasi diese süßen kleinen Muscheln. Okay. Dann werden wir mal das nächste vertauschen. Also das nächste Pokémon. Und ab die Fuhre. Die sind, glaube ich, auch ganz gut in der Zeit. Wir sind gerade bei drei Minuten fünfzehn. Ich möchte es jetzt natürlich nicht beschreien, aber ist nicht verkehrt. Und wie gesagt, beim nächsten Wunderttausch gibt es dann, äh, nochmal sechs Muschers, also die andere Reihe. Ich meine, gut, ich hätte es jetzt vielleicht gleich auf einmal machen können. Und, äh, Cherry Bean. Cherry Bean. Naja, zumindest geht diese Muschel nach Kanada wieder. Und, äh, ja. Oh. Okay. Süß. Hat aber ganz schön langen Schnurrbart. Meine Güte. Oh. Oh. Bisbuck. Oh Gott. Ist das jetzt der richtige englische Begriff für das Pokémon? Ich weiß es nicht. Ist das der englische Begriff? Ich muss jetzt mal schauen. Das ist gerade... Oh mein Gott. Echt? Das heißt wirklich Bisbuck? Und das ist Deutsch. Ist das unser... Aha. Also, das ist ein deutsches Bisbuck. Also, ich muss gestehen, ich kannte... Ich kenne zwar Yorclef und so, aber... Mit... Dieser... Also, das ist ja die Endentwicklung von Yorclef, glaube ich. Äh... Ich muss gestehen, ich habe es zwar äußerlich schon gekannt und wusste, dass es existiert, aber... Ich hatte keine Ahnung, wie es heißt. Ja, ich bin so schlimm. Aber wenigstens bin ich ehrlich. Und, äh... Ja. Ach, dieser Name. Das ist genauso merkwürdig. Na gut. FM und so. Oh, nee. Das ist, glaube ich, schlimm. Und wir tauschen jetzt mit Alex aus Frankreich. Bonjour. Ça va? Et ab bientôt. Oh, und wir kriegen einen kleinen, süßen Eisberg. Das ist süß. Das finde ich nicht schlecht. Aber ich bin jetzt gerade voll davon abgekommen. Ich hätte natürlich alle beiden Reihen vertauschen können, aber... Ähm... Ich war mir dann nicht ganz so sicher, ob es dann euch vielleicht doch zu lang werden könnte, wenn ich jetzt gleich zwei Reihen dann vertausche. Und guckt mal, das Muschas hat sogar im TV oder von gerade vier. Keine Ahnung. Ich hingeguckt, aber auf jeden Fall war ziemlich viel markiert. Naja, ähm... Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte keine Ahnung, ob es euch dann vielleicht zu lang werden würde. Gut, ich hatte zwar jetzt schon zwei Reihen, glaube ich, gehabt. War das zwar rein? Nein, es war nichts. War rein. Naja, eine etwas längere Folge in meinem kleinen Weihnachtswunderttausch-Special. Und wir tauschen erstmal mit Serena aus Kalifornien. Und naja, ich wollte, wie gesagt, das mit der Zeit so belassen. Oh, Pian Skora. Süß. Gut. Naja, ich wollte das mit der Zeit quasi so belassen, dass es so ist, wie es halt ist. Und damit es nicht so eine kleine Reizüberflutung ist. Und ja. Ups. Da... Nein, 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 nein. Das wollte ich doch gerade gar nicht. Oh Mann. Naja. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich möchte einen weiteren Wundertausch... Oh, echt? Wir sind schon beim letzten Pokémon angelangt. Wow. Also, ich bin überrascht. Naja, gut. Dann sind wir ja wirklich gut in der Zeit. Und es gibt mal endlich was anderes außer Schafe. Ich dachte mir, naja, ihr seid vielleicht schon... Ihr habt die Schafe auch satt. Und, ähm, wollten mal sehen, dass ich was anderes vertausche. Und wir tauschen jetzt mit Ernesto aus Florida. Und naja, dann habe ich halt so ein bisschen gebrütet, so meine kleinen Pokémon. Und da dachte ich, naja, gut, ein bisschen Überschuss kann ja nicht schaden, die zu vertauschen. Und unser Abschluss-Pokémon ist ein weibliches Pikachu. Pikachu! Awww, süß! Und gucken wir uns den Haufen nochmal an, was wir gekriegt haben. Also, wir haben ein Iguemaro, ein Zorua, dann haben wir ein Bisbach, und ich feiere immer noch diesen Namen, sowas von. Wir haben ein Arktib, und oh, es ist sogar selbst gezüchtet. Dann haben wir ein Pionscora, und zu guter Letzt haben wir ein Pikachu, ein Englisches, bekommen. Gut, nicht schlecht, also weder Zickzacks, noch Wampel, noch sonst was. Und hier endet auch dieses kleine Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wenn ihr mögt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen. Einen Daumen nach oben würde mich natürlich auch freuen, und es wäre auch super, wenn ihr mich abonnieren würdet, wenn ihr Lust dazu habt. In diesem Sinne, danke fürs Reinschalten, vielleicht sehen wir, beziehungsweise hören wir uns im nächsten Video wieder, und Ciao!